Wie sehen Sie den Dollar, ist das wirklich, wenn ich früher mal Wert hatte, ein paar Franken pro Dollar, erreichen wir das wieder? Also ich denke, das wird noch ein Zeitchen gehen. Haben Sie ja auch mit Aktien zu tun? Eher weniger, aber ich verfolge vielleicht zu den kleinen Schweizer März. Was meinen Sie zu der Zinsentwicklung? Werden wir jetzt hier wirklich, was viele Leute sagen, jahrelang in einem Zinsniveau bleiben, das nach bei Null ist? Es ist schwierig zu sagen. Ich hoffe, es wird schon irgendwann wieder hochgehen, aber ich denke, es wird genau so gut sein, dass es vielleicht noch ein, zwei Jahre so bleiben wird.